Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr einen alten Spielstand löschen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. So, damit ihr jetzt einen Spielstand löschen könnt, müsst ihr als allererstes hier auf Spielladen gehen. Jetzt öffnen sich hier sämtliche Spielstände und ihr sucht euch dann den Spielstand raus, den ihr löschen wollt. Fahrt dann mit der Maus darüber und geht dann hier auf der linken Seite unter Spielen auf Löschen drauf. So, jetzt bekommen wir hier die Benachrichtigung. Bist du sicher? Möchtest du, wie mache ich wirklich löschen? Hier klicken wir dann auf den Haken und schon haben wir dann den Spielstand gelöscht. Ja und so könnt ihr alle Spielstände löschen, die ihr nicht mehr haben wollt. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!